So, heute wollte ich doch mal ein Video machen zu zwei Artikeln, die ich bekommen habe. Einmal hier eine Stellungnahme zu Ketogen- und Kohlenhydraten-Diät. Hier geht es dann hauptsächlich um Krebserkrankungen, wie das Ganze da gehandhabt werden soll. Und dann ein etwas längerer Bericht hier von Manfred Jakob. Hat auch, glaube ich, das Buch rausgebracht hier, Dr. Jakobsweg, irgendwie sowas. Und schon eine ziemlich lange Sache, wo er eben das auch mit Krebs verdeutlicht, also beziehungsweise ketogene Ernährung bei Krebs eben hier widerlegen möchte und dementsprechend auch sehr viel dazu schreibt. So, der allgemeine Tenor ist eben, dass die ketogene Ernährung noch nicht wissenschaftlich untersucht ist bei Krebstumoren oder bei Krebserkrankungen generell. Allerdings muss man hier auch bedenken, dass das Ganze 2014 ist und sich in den letzten zwei Jahren in der Hinsicht ketogene Ernährung, Low Carb, schon einiges getan hat bei Krebserkrankungen. Und ich weiß auch, dass an verschiedenen Universitäten da eben aktuell auch dran geforscht wird und dass das Ganze eben, ja, in die Richtung geht, dass das eben doch etwas sein könnte, was helfen könnte. Deshalb sollte man sich immer neuere Sachen angucken generell dazu, zu diesem Thema. Aber es ist tatsächlich so, dass eben auch in den früheren Jahren jetzt das in der Krebstherapie noch nicht wirklich Anklang gefunden hat, die ketogene Ernährung. Und generell sagen ja auch viele oder hört man von vielen das Argument, dass die Krebszellen eben mit Kohlenhydrate laufen, also die brauchen Zucker, um zu wachsen. Wobei das natürlich generell nicht für erstmal jede Krebsart stimmt und nicht unbedingt immer auf Dauer so sein muss. So, und ich bin natürlich jetzt auch, ich sag mal, ich bin jetzt natürlich kein Krebsexperte oder sonst was. Ich kann ja nur das sagen, was ich aus den Studien und so weiter zur ketogenen Ernährung bekommen habe. Ich habe mir jetzt bei PubMed zum Beispiel mal für das Studienbuch die letzten ein, zwei Jahre zum Thema ketogene Ernährung rausgesucht. Und da sind natürlich auch hier sehr viele Sachen drin mit Krebswachstum zum Beispiel. Und da kann man dann eben gucken, dass sich eben neuere Studien 2016 und so weiter eben damit beschäftigen und zeigen können, wie das Ganze zusammenhängt. Und dass es eben einen Vorteil gibt oder dass es eben eine therapeutische Strategie sein kann, diese ketogene Ernährung anzuwenden zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, da mache ich vielleicht nochmal ein Video zu, dass ich diese ganzen Studien hier nochmal irgendwie, keine Ahnung, das würde ja zehn Jahre dauern. Na gut, auf jeden Fall ist der Tenor hier, dass es eben nicht untersucht wird, dass es keine wissenschaftlichen Sachen dazu gibt. Und dass es hier nur sehr wenige Studien gibt. Die sind natürlich aus 2001 und 1900 irgendwas. Und die Hauptsache hier ist eigentlich immer, dass die Leute das auch nicht auf längere Zeit durchgehalten haben und die halt solche Sachen hatten wie einfach nicht genügend Energie etc., was natürlich ganz normal ist bei einer ketogenen Ernährung. Vor allen Dingen, wenn man das so über kurze Zeit macht, dass man eben in den ersten ein, zwei Wochen dieses Tief hat, bis man dann überhaupt wieder das Hoch hat. Von daher, wie gesagt, grundsätzlich schon mal zu dem Thema, das sind ältere Sachen, das ist hier auch eine ältere Stellungnahme jetzt. Und dann sind natürlich diese neuen Sachen nicht mit einberechnet. So, gehen wir mal zurück zum Dr. Jakobs hier. Und das ist auch eine Stellungnahme aus 2014 hier. Und bei ihm ist der Tenor halt drin, dass die ketogene Diät für ihn oder aus den Quellen, wo er es her hat, eine sehr proteinhaltige Diät ist und hauptsächlich mit tierischen Produkten. Käse, Milch, Eier und Fleisch natürlich auch. Das ist der Tenor. Ich glaube aber, dass er einfach nur dieses Buch hier unten gelesen hat, auf das er sich die ganze Zeit beruht. Krebszellen lieben Zucker, Patienten brauchen Fett. Da sind natürlich auch einige Sachen drin, mit denen ich persönlich jetzt nicht übereinstimmen würde. Das macht er hier nochmal auf. Wir essen die jeden Tag. Nee, Moment, das war seine Darlegung. Ich muss mal eben gucken. Hier, alle Getreidearten sowie sehr viel Gemüse- und Obstsorten sollen komplett gemieden werden. Zum Beispiel aus dem Buch, was er jetzt hier sagt. Da sage ich natürlich, nein, natürlich überhaupt nicht. Also Gemüse und Obst. Vor allem Gemüse sollte sehr viel enthalten sein. Unbegrenzter Verzehr von rotem Fleisch und Wurstgeraten. Ich denke mal, da hat der Dr. Jakob hier auch einfach dieses unbegrenzt einfach mal so ein bisschen ausgelegt, wie er das jetzt wollte. Aber das ist natürlich auch nicht richtig, dass man hier gerade auch die verarbeiteten Sachen dann im unbegrenzten Maße zum Verzehr freigibt und solche Sachen. Und natürlich diese Faustriegel, die er hier die ganze Zeit als Grundlage für dieses ganze Gebilde hier, was er geschrieben hat, eben anwendet. Am Tag 2,5 Gramm Fett, 1,4 Gramm Protein und 0,5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Da ist natürlich jetzt überhaupt nicht drin, wie er auch richtig sagt hier, dass dicke Menschen eben erstmal eine ganz andere Verteilung natürlich haben, was bei dem Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ja bei übergewichtigen Menschen jetzt nicht so der Vorteil ist. Und das Protein sollte, wenn man die klinische ketogene Ernährung macht, natürlich auch niedrig sein. Da muss man natürlich testen, damit Blutketonwerten und so weiter, ob das Protein jetzt einen Einfluss hat oder nicht. Wenn es nämlich keinen Einfluss hat oder wenn man trotzdem in der Ketrose ist, dann kann man das Protein natürlich auch entsprechend erhöhen. Aber ich habe ja auch schon öfters gesagt, man rechnet da eher mit 1,5 Gramm pro fettfreier Körpermasse und nicht pro Kilogramm Körpergewicht. Weil auch die Ernährungsempfehlung der DGE, die er eben hier aufführt mit 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das relativiert sich dann natürlich auch, wenn dieser Mensch, was weiß ich mal, 100, 120 Kilogramm oder sowas wiegt. Dann ist das natürlich auch schon wieder zu viel in dem Verhältnis. So, das kann man ja auch nochmal so ein bisschen durchgehen hier. Er sagt eigentlich auch schon am Anfang, dass die echte ketogene Ernährung eben auch zur Therapie angewendet wurde und dementsprechend berufte er sich aber auch nicht mehr in seinen weiteren Ausführungen hier wirklich auf die ursprüngliche ketogene Ernährung, sondern wirklich anscheinend nur auf dieses Buch, was er dort gelesen hat. Und es ist eigentlich in jedem zweiten Satz immer eine High-Protein-Diät quasi für ihn. Was man hier rauslesen kann, also hohe Menge an Protein hier zum Beispiel, zumeist tierischen Ursprungs, was natürlich auch Quatsch ist oder Quatsch sein kann, muss natürlich überhaupt nicht sein. Und dementsprechend ist das für ihn eine Fett-Tier-Protein-Diät, was natürlich totaler Quatsch ist, wenn man die wirkliche ketogene Ernährung dann zurate zieht quasi. So, und dann geht er auch noch immer so, geht er die ganze Zeit auch noch ein bisschen darauf ein, wie das jetzt aussieht mit den Krebszellen, ob die jetzt wirklich Kohlenhydrate brauchen oder nicht. Da gibt es ja einige Krebsarten, Krebszellen, die eben darauf eher anspringen auf die Kohlenhydraten, die anderen eben wieder nicht. Da hätte man hier schon ein bisschen mehr differenzieren können in seinen Ausführungen. Generell ist es aber eben auch so, wie er auch öfters hier sagt, dass das Ganze eben noch nicht wirklich so erforscht ist. Man weiß eben nicht, wie diese Krebszellen jetzt wirklich in unterschiedlichsten Art und Weisen dann arbeiten auf Dauer, wie sie überhaupt entstehen, wodurch sie sich ernähren und solche Sachen. Die sind eben sehr anpassbar und können dann eben auch, wie er hier schreibt, sich, wenn sie jetzt keine Glucose mehr kriegen, eben auch mit Fett laufen. Was natürlich jetzt bei einigen Krebsarten dann logisch ist. Aber es gibt eben auch Krebsarten, die kann man eben so in Anführungsstrichen aushungern, wenn man es richtig macht. Einen ziemlich großen Fehler von ihm finde ich hier, das zeigt mal wieder, woher diese ganze blödsinnige Sache kommt mit dem Insulinindex. Ich habe ja schon mal ein Video über den Insulinindex gemacht, aber von einem Doktor hätte ich eigentlich mehr Gehirn erwartet, ehrlich gesagt, dass er hier genau das gleiche Argument entgegenbringt, dass ein Steak ja mehr Insulin freisetzt als Pasta. Bitte, Dr. Jakob, wenn du das Video schaust, schau dir mal ein Video zum Insulin an. Da habe ich das Ganze nochmal detailliert dargelegt, wie das Ganze zu verstehen ist mit dem Insulinindex. Pasta hat eben auch nicht so viele Proteine oder Nährstoffe wie eben die gleiche Menge an Steak. Also da muss man die ganze Sache wohl ein bisschen relativieren. Und dass pflanzliches Protein nicht so einen hohen Insulinausstoß nach sich zieht, liegt auch einfach daran, dass eben weniger essentielle Aminosäuren auch enthalten sind. Und du müsstest rein theoretisch, ich sage jetzt einfach mal so pauschal, das Doppelte am pflanzlichen Protein essen, um die gleiche Qualität an einem Steak-Protein zu bekommen. Und das können wir uns gleich auch nochmal angucken. Auf jeden Fall hättest du dann viel mehr Protein aus pflanzlichen Quellen, was du zu dir nehmen müsstest, um deine essentiellen Aminosäuren zu decken, als wenn du es mit einem Steak machen müsstest. Also du brauchst gerade mal vielleicht ein 100 Gramm Steak essen, müsstest aber ein Kilo Spinat oder sowas essen, um die gleiche Menge eben zu haben. Und hast aber dann insgesamt bei den pflanzlichen Proteinen mehr Protein. Dann hast du bei dem Steak, hast du deine 60 Gramm Protein, die du am Tag vielleicht brauchst. Und insgesamt hast du aber bei dem pflanzlichen Protein 100 Gramm Protein, damit du zumindest deine essentiellen Aminosäuren komplett decken kannst. Versteht ihr diese Rechnung? Und das ist dann immer kein Vergleich, den man so ziehen sollte oder kann, wenn man sich eben darauf ruft, den Eiweißbedarf niedrig zu halten. Gleiche Menge Protein aus Eiweiß ist nicht gleichzusetzen mit gleicher Menge Protein aus tierischen Produkten. Das können wir uns gleich gerne nochmal angucken. Gut, er hat es also auch nicht verstanden mit dem Food-Insulin-Index wirklich. Kann man sich hier nochmal durchlesen. Verlinke ich euch natürlich auch unten drunter. Und dementsprechend ist da schon ein bisschen zu rätseln, ob er sich damit denn wirklich dann auseinander oder ich sag mal kritisch auseinandergesetzt hat. Wo geht es dann weiter? Ich gucke mal eben, da ging es mit dem Insulin-Index, da geht es dann um die Fettsäureoxidation. Im Prinzip hat er natürlich Recht in der Hinsicht, dass die Ernährung zum Beispiel auch sehr gut angepasst werden muss. Also wenn man einen Patienten hat, sollte die Ernährung eben dementsprechend auf die entsprechende Krankheit, auf den entsprechenden Menschen genau zugeschnitten sein. Da kann man nicht solche pauschalen Aussagen treffen, wie sie dann vielleicht in diesem Buch gemacht werden. Und dementsprechend ist das Ganze, wie er dann eben auch sagt, eher so ein Laienbuch natürlich. Müsste ich mir nochmal angucken, das Buch, wenn mir das in die Finger fällt oder sowas, ist das wohl klar. Die Märzer von Krebsarten, wie gesagt, ist in der Lage auch anderweitig die Energie zu bekommen. Man kann dann zum Beispiel eben, wie ich vorhin schon gezeigt habe, auch auf das Immunsystem hoffen quasi, dass man das eben durch diese Ernährung stärkt. Das ist keine direkte Auswirkung der ketogenen Ernährung, des Seinlassens der Kohlenhydrate auf das Tumorwachstum, sondern dann eine indirekte Sache, indem man den Körper eben stärkt und vor allen Dingen die entzündlichen Prozesse eben damit unterdrücken kann, weil Ketonkörper eben entzündungshemmende Effekte haben. Und antioxidative Wirkungen haben, weil er nämlich auch hier zum Beispiel mit anfängt, dass, also er beruft sich eigentlich hauptsächlich auf das Protein hier, dass Protein eben dann einen entzündungsfördernden Effekt hätte und all solche Sachen, was natürlich bei der ursprünglichen ketogenen Ernährung, die man bei entsprechenden Krankheiten machen sollte, therapeutische ketogene Ernährung, dann eben nicht hat. Und dementsprechend sind das immer zwei Paar Schuhe, die man da bei berücksichtigen soll. Dann kommt da nämlich zum Beispiel, also nur als Beispiel, es gibt auch hier, ich weiß nicht, wo es jetzt steht, aber irgendwo, dass die Wachstumsfaktoren natürlich durch Fleischkonsum angeregt werden. Das ist zum Beispiel genau andersrum. Bei einer ketogenen Ernährung wird IGF-1 zum Beispiel unterdrückt oder weniger ausgeschüttet, aber dadurch, ja, aber das wird hier dann überhaupt nicht berücksichtigt. Und soviel auf jeden Fall dazu. Wir können jetzt das ganze Ding eigentlich nochmal durchlesen, aber dann würde das Video auch 10 Stunden dauern und ich denke mal so 20 Minuten oder so sollten heute reichen. Auf jeden Fall schießt der gegen die ketogene Ernährung, aber mit den falschen Hintergründen bei dieser ganzen Sache, denn ich persönlich halte die ketogene Ernährung für eine unterstützende Maßnahme, die man machen kann, wenn sie eben auf den Patienten angepasst ist. Das muss man natürlich dann mit dem Arzt klären und so weiter und mit dem Patienten natürlich. Hier Fleischwurst, Käse, also ist natürlich Quatsch, dass da auch kein Spinat und sowas drin ist. Auf jeden Fall geht es eben auch darum, dem Patienten, hier geht es auch immer um Gewichtsverlust so ein bisschen, genügend Energie zur Verfügung zu stellen, damit er das Ganze eben dann überstehen kann und nicht runterhungert, weil das ist ja meistens das, woran die Leute dann noch weitere Probleme bekommen oder sterben können, dass sie eben so wenig Energie noch überhaupt haben, dass sie halt runterhungern und dann dadurch eben, da reicht dann schon eine kleinste Erkältung oder sowas aus und dann wird das Ganze noch viel schlimmer und dann kommst du in den Teufelskreis rein. Also du kannst hier viel Energie in kleinen Mengen zu dir nehmen quasi, um dann diesen Effekt oder diese Abmagerung dann oder das Nichtvorhandensein der Energie eben vorzubeugen und das ist nämlich der Vorteil. Wenn du das alleine mit einer veganen Diät machen wollen würdest, dann müsstest du extrem hohe Mengen essen und ich weiß aus eigenen familiären Erfahrungen damit, dass dann eben nicht wirklich viel gegessen wird, weil der Hunger einfach nicht da ist und dann kriegst du das einfach nicht rein und dementsprechend kann man hier eventuell damit eben das Ganze auf andere Art und Weise machen. Ja, soviel zu diesen Sachen. Wir können uns jetzt nochmal kurz das Tofu angucken. So, hier habe ich jetzt nochmal Tofu gegen ein Steak, wobei das sogar ein Steak ist, was relativ viel Fett enthält, weil ich ja nicht die fettarmen Varianten quasi esse. Ich könnte ja zum Beispiel nochmal die Brutenbrust dazu nehmen, und da müssen wir noch ein bisschen weniger hier machen. 0,8 mache ich mal. Da haben wir 57. Muss man ja gucken. Machen wir 0,9. So, 64. So, jetzt sieht man ja schon auf den ersten Blick, woran dieses Insulinindex dann auch hapert, weil man das Ganze eben auch an Kilokalorien macht. Und hier habe ich bei gleichen Kilokalorien quasi zwischen Steak und Tofu habe ich beim Steak ja schon alleine mehr Protein. Das heißt, ich kann das ja nicht mit dem Insulinindex gleichsetzen. Wenn Protein eben Insulin freisetzt, dann muss ich ja das Gleiche auf gleichen Eiweißanteil münzen quasi. Und wenn ich das da mache, mal 3,6 und 3,5. So. Ne, ich wollte ja auf das Protein. Und jetzt habe ich die Kilokalorien gleich gemacht. Ah, 3,8. 3,9. Was haben wir bei 4? Na? Ja, 4 passt. Okay, jetzt haben wir die gleiche Menge Eiweiß quasi hier. Und die Putenbrust hat auch ungefähr die gleiche Menge Eiweiß. Ist natürlich dann nochmal deutlich weniger an den Kalorien. Und der Tofu alleine hat schon mehr Kalorien. Aber gut, darauf kommt es sich an. Mir kam es jetzt an auf die essentiellen Aminosäuren zum Beispiel hier. Und dann sieht man zum einen natürlich, dass Tofu jetzt weniger enthält von den essentiellen Aminosäuren. Und dementsprechend müsste ich quasi rein theoretisch jetzt mehr Tofu essen, um eben das gleiche an den essentiellen Aminosäuren vollständig komplett zu haben, wenn man das so berechnen wollen würde. Also das ist dann Äpfel und Birne verglichen, wenn ich das mit den Kilokalorien mache. Das ist nicht die Qualität. Das ist Qualität und Quantität im Endeffekt, ne? Und auch wenn ich mir die ganzen Vitamine angucke, die gleiche Menge Eiweiß jetzt. Tofu trotz mehr Kalorien weniger Vitamine, ne? Also an den B-Vitaminen jetzt hier zum Beispiel. Und dementsprechend würde ich doch sagen, dass der Tofu eben nicht gleichzusetzen ist mit einem Steak. Und beide würden jetzt rein theoretisch die gleiche Menge Insulin ausschütten. Ne? Sieht man hier in 28, 26 Prozent. Also, da tut sich nicht viel, was das Insulin betrifft. Und dementsprechend muss man da schon ein bisschen, ähm, ja, die Sache auf ein Level bringen und nicht pro Kilokalorie rechnen. Weil das ist natürlich Quatsch, das dann so zu machen. Nur gut. Ähm. Können wir uns das Ganze auch nochmal so... Ach, ist auch egal. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall wisst ihr, wie das Ganze jetzt funktioniert und warum ich dann doch persönlich ein Steak bevorzuge. vor dem Tofu, weil ich erstmal weniger Steak essen muss, um die gleiche Menge an essentiellen Aminosäuren reinzubekommen. Und, ähm, so ist die ganze Sache zu verstehen. Naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ganze Thema Krebs und so weiter gibt Bücher darüber. Denen würde ich euch raten, nicht einfach so blind zu vertrauen, sondern euch immer anzuschauen, neueste Untersuchungen, auch solche, ähm, Gegendarstellungen einfach mal durchzulesen, um das Ganze eben immer in Relation zu sehen. Dann solltet ihr natürlich nichts auf eigene Faust machen, denn ihr müsstet euch dann schon richtig gut damit auskennen, dass ihr eben auch so eine Ernährung zusammenstellt, eine ketogene Ernährung quasi, dass eben auch alle Vitamine passen. Und wenn ihr dann gar kein Obst oder Gemüse dabei habt, dann kann es sein, dass dann eben bestimmte Vitamine zu wenig sind, wenn ihr das nicht richtig plant. Vor allen Dingen, wenn ihr keine Innereien wie Leber oder so mit dazu nehmt. Und ansonsten, wie gesagt, immer Rücksprache mit einem Experten, mit einem Arzt natürlich dann auch führen, der dafür auch offen ist, der euch nicht direkt dann sagt, lehne ich völlig ab sofort die ketogene Ernährung und euch dann direkt eine Chemotherapie mit irgendwelchen Sachen einflößen will. Weil, wie gesagt, ich habe es selber erlebt in der Familie, über das Thema Ernährung wurde überhaupt nicht geredet. Es wurde einfach nur dann Insulin gespritzt und solche Sachen. Und über das Thema generell Ernährung wurde gar nichts gesagt. Und dementsprechend ist das schon ein Feld, was mit berücksichtigt werden sollte. Wie man das am Ende machen möchte, ob man sich jetzt da vegan ernähren möchte oder ob man das Ketogen durchziehen möchte, das ist eine individuelle Sache. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Das ist eine persönliche Entscheidung, die man dann treffen muss. Aber man sollte sich dann doch Hilfe suchen und das Ganze kritisch betrachten. Egal in welcher Richtung und wie man das machen möchte. Generell würde ich persönlich eine ketogene Ernährung, wenn Krebsfall eintreten würde, doch anstreben und dann extrem genau auf die Qualität der Lebensmittel eben achten und dann das Ganze auch mit Fastenperioden oder sowas dann kombinieren, würde ich mir dann genau überlegen. Natürlich auch Bewegungen und solche Sachen, dass eben, ja erstmal, wie gesagt, je nachdem, was für ein Krebs das ist. Ob man den aushungern kann oder wie auch immer. Oder ob man den Körper einfach stärkt, das Immunsystem, dass wir die Chemotherapie besser überstehen können. Denn das ist immer nur eine unterstützende Maßnahme. Du kannst jetzt nicht einen irgendwo auf eine Insel setzen, eine ketogene Ernährung geben und sagen, friss mal, vielleicht geht dein Krebs weg. Das wird, ist noch nicht bewiesen, dass es geht. Man weiß es nicht, ob es geht. Es gibt ja solche Wunderheiler, aber da würde ich dann auch nicht drauf trauen, weil dann sagt er vielleicht, ich habe tausend Leute geheilt. Aber die anderen zehntausend Leute, die dann draufgegangen sind, die erwähnt er vielleicht einfach nicht oder so. Also seid bei solchen Sachen immer vorsichtig und, wie gesagt, versucht das Ganze immer in Relation zu setzen. Und das auf jeden Fall zu diesem Video mit dem Krebsthema, weil ich die Sachen jetzt bekommen habe. Mit der Stellungnahme ist natürlich richtig, dass das Ganze wissenschaftlich gerade erst im Kommen ist, untersucht wird. Und dass das Ganze natürlich nicht auf jeden Krebs angewendet werden kann. Dass die Ernährung extrem penibelst geplant werden sollte. Genau wie bei einer veganen Ernährung dann natürlich auch. Und dass dann überlegt werden sollte, welche Blutmarker untersuche ich dann dabei und so. Egal, ich rede jetzt schon wieder viel zu lange. Soviel zu diesem Video und ich lasse es mir gerade wahrscheinlich schon gut gehen auf Mallorca. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch noch ein schönes Wochenende. Und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr vielleicht mal so die Hälfte der ganzen Studien hier oben mit mir durchgehen wollt. Vielleicht mache ich mal einen Livestream, wo wir mal alles so ein bisschen durchgehen. Und dementsprechend, ihr seht hier oben schon, nächstes Video. Ich habe mir ganz viele vegane Studien mal rausgesucht. Kommt dann auch. Also bis dann. Kommt dann. Kommt dann. Ja. Vielen Dank.